Isabel Zacharias hatte ja den heutigen Tag vorgeschlagen, in der Erwartung, dass morgen der Hochschulausschuss entscheidet. Offensichtlich gibt es aber da mehr Angst als Vaterlandsliebe. Oder aber die Vaterlandsliebe hat sich doch noch bemerkbar gemacht und man schreckte vor der angekündigten Aktion zurück. Und gleichwohl ist der Termin mit traumhaftem Gespür richtig gewählt. Denn Sie sehen im ganzen Haus, dass man sich hier auf ein Treffen der amerikanischen Community in München vorbereitet. Und dass die Münchner Bevölkerung fieberhaft an politischen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten teilnimmt. Also das Interesse an amerikanischen Themen und die Bedeutung der amerikanischen Community für die Stadt könnte man nicht besser deutlich machen, als am heutigen Tag mit einem Blick ins Amerika-Haus, das sich auf einen heißen Wahlabend vorbereitet. Ich möchte aber vor allem auf einen anderen Aspekt hinweisen, den ich vor über zwei Monaten allen Mitgliedern des Kuratoriums und des wissenschaftlichen Beirats des NS-Dokumentationszentrums mitgeteilt habe. Und auf den Professor Nerdinger, der Gründungsdirektor des Zentrums, auch eingehen wird. Es ist ja hier nicht irgendein Ort, wo zufällig eine Immobilie geschaffen werden konnte. Sondern wir sind hier im historischen Bezirk zwischen der Gestapo-Zentrale einerseits und dem braunen Haus und den Führerbauten an der Arzestraße andererseits. Dem Bezirk, den man mal als Führerquartier bezeichnet hat. Und es war eine bewusste Entscheidung nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Amerika-Haus hier zu errichten, als historische Antwort auf die Vergangenheit. Der totalitären Vergangenheit sollte demokratische Zukunft gegenübergestellt werden. Das hat bei der Besichtigungspfahrt der Münchner Ehrenbürger, mit denen ich im Sommer immer architektonische Orte der Stadt besichtige, der Architekt dieses Hauses selber sehr eindrucksvoll gesagt, Franz Simm, einer der Architekten, hat gesagt, es ging um ein Denkmal für Freiheit und Demokratie, gerade an diesem Ort, gerade in dieser Umgebung. Und das Gebäude ist auch nicht irgendeine für Büronutzung geeignete Immobilie, sondern es sollte auch architektonisch den Charakter der Demokratie mit Helligkeit, Freundlichkeit, Transparenz unterstreichen, als bewusste Antwort auf die martialische Architektursprache der Führerbauten. Und hier hat jahrzehntelang demokratisches Leben stattgefunden, ganze Generationen von Schülern und Studenten sind hier mit demokratischen Grundsätzen vertraut gemacht worden. Und jetzt haben wir die wirklich entsetzliche Situation, dass wir in absehbarer Zeit ein NS-Dokumentationszentrum auf der anderen Straßenseite eröffnen, um nicht nur der eigenen Schuljugend und Studentenschaft, sondern einem internationalen Publikum zu zeigen, wie sich die Stadt München gemeinsam mit dem Freistaat Bayern und der Bundesrepublik Deutschland mit der Last Hauptstadt der Bewegung gewesen zu sein, auseinandersetzt und dass die großartige Chance, allen Gästen zu zeigen, dass es auf der anderen Straßenseite aber weitergeht, mit einem Aufbruch zur Demokratie, mit einer demokratischen Erneuerung, die auf diesem Areal wesentliche Impulse erhalten hat, diese Chance soll zerstört werden. Ich habe mich ganz bewusst zwei Monate lang nicht zu dem Thema geäußert, um allen Gremien die Chance zu geben, ein Einsehen zu zeigen. Mein Brief ist vom 3. September, Sie können dann eine Ablichtung haben, mit dem eindringlichen Appell, diese Chance hier nicht leichtfertig zu zerstören. Denn bei allem Respekt vor der Akatec, den ich durchaus habe, Lobby zu sein, ist ja nichts Böses. Auf der Städte-Tag ist eine Lobby-Organisation und ich halte das bekanntlich für eine gute und ehrenwerte Sache, Interessen zu vertreten. Es fragt sich nur immer, welche. Aber die Interessen von Naturwissenschaft und Technik und Ingenieurswissenschaft zu vertreten, ist ja eine honorige Sache, darum geht es ja gar nicht. Kein Mensch hat mir in der Vergangenheit erklären können, warum Akatec mit seinem Büroflächenbedarf nicht auch in der ja nun wirklich sehr repräsentativen Residenz der Wittelsbacher, wo alle Räume der ägyptischen Sammlung frei werden, untergebracht werden können. Wir haben in der Münchner Nachkriegsgeschichte noch nie so viele leerstehende Gewerbeimmobilien gehabt wie gegenwärtig. Beneidenswert wenig im bundesweiten Vergleich, aber viele tausend Quadratmeter. Auch an zentralen Lagen vom Altstadtring bis zur königlichen Residenz bis hin zur alten Staatskanzlei. Und es gibt nicht einmal eine Diskussion, ob Akatec nicht an einer anderen Immobilie untergebracht werden kann und dem Amerika-Haus endlich eine sichere Zukunft gewährt werden kann. Das finde ich deprimierend und es sollte gerade in der heutigen Nacht und am morgigen Tag, wenn die Bedeutung der Vereinigten Staaten für uns deutlich vor Augen geführt werden, noch einmal kritisch reflektiert werden. Letzte Bemerkung, Frau Knobloch hat daran erinnert, was mit Quellen schwer zu belegen ist, aber sie weiß es aus eigener Anschauung, dass damals bei der Gründung und Eröffnung des Amerika-Haus gesagt wurde, es sei auch ein Dankeschön des Bayerischen Staates für die Befreiung vom Faschismus, für die Kehrpakete und für den Wiederaufbau nicht nur der deutschen Wirtschaft, sondern vor allem der deutschen Demokratie. Wenn das so ist, dass dieses Haus sich von Anfang an verstanden hat als ein bayerisches Dankeschön für die Überwindung des Faschismus und die Begründung der Demokratie in unserem Lande, dann ist es schlichtweg unverzeihlich und durch keinen immobilienwirtschaftlichen Winkelzug zu entschuldigen, dass dieses Geschenk plötzlich aufgekündigt wird. Das kann man wirklich nicht tun und wir bauen darauf, dass die vielen Politiker aller Parteien, ich betone aller Parteien, die unter vier Augen bekräftigen, dass sie das nicht begreifen können, den Mut finden, ihre Meinung zu sagen und entsprechend abzustimmen. Wir wollen ja keinen überreden, gegen seine Überzeugung zu handeln, wir wollen nur Mandatsträger gewinnen, ihrer eigenen Überzeugung, die sie unter vier Augen auch öfters betont haben, endlich selber Rechnung zu tragen. Ja, vielen Dank. Danke. 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 Danke.